Was bedeutet Schwingen für dich? Schwingen bedeutet mir sehr viel. Neben Beruf und dem Alltag ist es die grösste Leidenschaft, die ich ausübe. Ich investiere recht viel Zeit in das Hobby. Kraft, Austausch, der Kampf Mann gegen den Mann, wer ist der Stärker? Das inspiriert mich einfach nach wie vor. Ich meine, ich kann vor 20 Jahren auch schwingen und bin schon lange dabei. Und es ist immer noch gleich. Freude, Spass, Ehrgeiz, Wille. Das alles, was es dazu braucht, sich selbst überwinden. Das ist einfach grandios. Man muss selbst über die Grenzen gehen. Und man lernt sich selbst gut kennen. Das Ganze ist natürlich eine Lebensschule. Das hat mit Fairness zu tun. Man lernt gewinnen. Man lernt mit Niederlagen umzugehen. Ich kann wirklich nur immer profitieren vom Schwingensport. Was ist Schwingen für dich? Schwingen ist für mich ein schöner Ausgleich. Nebst dem Privatleben. Ich betreibe, dass ich seit zehn Jahren bin. Und es ist, ja, nebst dem alltäglichen Leben ist es meine grösste Leidenschaft geworden. Ich finde dort alles in diesem Sport. Seine Kameradschaft, das Training, gewisse Härte überzukommen. Man weiss auch, wie es ist, wenn man Erfolg hat. Man weiss auch, wie wenn es einem nicht so gut geht. Wenn man Niederlage hat. Und aus dem kann man sehr darauf lernen. Und das hat mir wirklich viel gebrungen und besetzt im Leben. Dass man auch lehrt wieder aufstehen nach einer Niederlage. Und es ist wirklich auch das ganze Hummer um. Am Schwingsport. Man kann sehr viel profitieren. Und es ist ja auch unsere super Kameradschaft. Nebst der Familie, die wir hier haben. Die auch immer dabei ist. Also, wenn es nur noch wäre, aber ein anderes Leben würde ich es genau machen. Der Familie, die wir hier haben.